So ihr Lieben, ich werde in diesem Video mal etwas behaupten, was ich die ganze Zeit über vermieden habe zu behaupten, möglicherweise auch aus Selbstschutz, weil es mich auch selber trifft und betrifft. Und zwar möchte ich behaupten, wir haben nicht nur das Problem, dass wir zu viele Akademiker in Regierungsverantwortung haben, also zu viele Akademiker in der Politik, das Problem haben wir auch. Wir haben auch generell in der Gesellschaft einen krassen Akademikerüberschuss. Und das ist deswegen so problematisch, weil auch kommunistische Formen sowas behauptet haben und das ist in Gewalt ausgeartet. Ich kann nur sagen, davon kann ich mich nur unendlich distanzieren. Ich meine was ganz anderes. Und vielleicht wird das, hoffentlich wird das deutlich, warum das, was ich vorschlage, was ganz anderes ist, in eine ganz andere Richtung geht, als was Kommunismus ist. Also wirklich fundamental. Es könnte nicht noch anders sein als das. Okay, warum haben wir einen krassen Akademikerüberschuss? Kommen wir erstmal dazu. Also in dem derzeitigen Zustand, wo es faktisch so ist, dass fast, nicht ganz, aber fast ausschließlich Akademiker an der Macht sind und Politik machen, ist das Bestreben von so gut wie jeder Familie aus ihren Zöglingen Akademiker zu machen. Also erst, dass der Übertritt aus der Grundschule aufs Gymnasium erfolgt und nicht auf eine andere Schulart. Und dass das Kind dann studiert. Absolut nachvollziehbar. Aus einer gewissen Perspektive ist aber genau das ein allmende Problem. Alle wollen individuell sich besser stellen und die Gesellschaft als Gesamte wird dadurch schlechter gestellt. Das ist ein Allmende-Problem von der Struktur her. Jeder Einzelne, das Streben jedes Einzelnen ist hoch nachvollziehbar. Im Gesamtergebnis ist es katastrophal. Das heißt, die Akademisierung der Gesellschaft ist absolut logisch und in sich stimmig, wenn es so ist, wie es derzeit ist, dass Akademiker krass überrepräsentiert sind in der Politik und nicht Akademiker krass unterrepräsentiert sind in der Politik. Und das lässt sich auf die Form bringen. Die Akademiker haben die Macht. Wenn du Macht haben willst, musst du dich akademisieren. Und da Macht für Menschen wichtig ist, streben eben alle Menschen nach einer akademischen Bildung, die irgendwie können. Das ist also der Kern. Das ist aber nicht sinnvoll. Wir brauchen nicht so viele Akademiker, wie wir haben. Und warum ist das hier kritisch gegen mich? Ich bin ein klassisches Aufsteigerkind. Das heißt, meine beiden Eltern haben keine akademischen Abschlüsse. Ich habe. Ich bin so ein klassischer Bildungsgewinnler. Dann habe ich auch noch einen Migrationshintergrund. Also bin eher unwahrscheinlicherweise da gelandet durch viele Glücksfälle. Auch wirklich sehr viel Glück hatte ich, dass ich da überhaupt gelandet bin. Die meisten, die so sind wie ich, werden aussortiert. Ich bin ein klassischer Gewinner, der also irgendwie so reingestolpert ist oder wie die Jungfrau zum Kind zu einer akademischen humanistischen Bildung gekommen ist. Aus kontingenten Umständen heraus in einer Zeit, in der das noch möglich war, ist es so, dass ich da gelandet bin und eine akademische Bildung, Philosophie studiert habe, einen Abschluss habe und so weiter. Und damit Zugriff zu Sachen habe, auf die andere Leute gar keinen Zugriff haben, weil sie eben das nicht haben. Ja, und insofern, wenn ich sage, wir müssen das zurücknehmen, die Entwicklung der 60er Jahre, 70er Jahre in die Ausbreitung des Akademischen, die Akademisierung der Gesellschaft, dann trifft das mich, weil wenn es das damals schon gegeben hätte, was ich hier fordere oder vorschlage, dann hätte es mich nicht gegeben. Dann wäre ich und ich wäre ganz sicher einer der gewesen, die dann nicht Philosophie studiert hätten. Ja, so, und warum ist es trotzdem sinnvoll, auch wenn es mich persönlich auch trifft? Mein Vorschlag ist, ein wirklich ganz anderer, und da muss man wirklich jetzt verstehen, wie anders das ist, was ich vorschlage, wie wirklich fundamental anders, auch anders als alles, was es in der Neuzeit, in der Moderne bislang gab. Mein Vorschlag ist, die politische Macht gezielt an alle Menschen zu verteilen, unabhängig von ihrem sogenannten Bildungsgrad oder ihrer zufälligen Bildungsform. Mein Denken über Bildung ist eher das von Hegel, das ist so, jeder Mensch ist gebildet, nur auf eine andere Weise. Für mich gibt es keine ungebildeten Menschen. Für mich gibt es unterschiedliche Arten der Bildung, und davon ist die akademische Bildung, beziehungsweise da müsste man eigentlich differenzieren, innerhalb der akademischen Bildungen, im Plural, für mich ist die akademische Bildung nur eine Form von vielen, wie man gebildet sein kann. Für mich ist zum Beispiel ein Handwerker auch gebildet. Für mich ist auch ein Arbeitsloser gebildet. Wir werden gebildet durch die Umstände, in denen wir uns befinden, das ist Bildung. Die Welt bildet uns, unsere Lebensvollzüge bilden uns, das Leben formt uns. Das ist das Gleiche, was sich zum Beispiel vollzieht in dem, was wir manchmal nennen Deformation Professionelle oder Formation Professionelle. Es ist Learning by Doing, es ist Learning on the Job, es ist Learning by Life. Das Leben bildet uns, ob wir wollen oder nicht, weil das Leben formt uns, ob wir wollen oder nicht. Und jeder Mensch lebt und damit wird auch jeder Mensch geformt, damit wird jeder Mensch gebildet, nur halt auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt also gar keine ungebildeten Menschen. So ist meine Denke, das ist angelehnt an bestimmte Dinge, die man in Hegels Rechtsphilosophie findet. Wenn man sucht, wenn man gezielt danach sucht, nur dann findet man auch. Also ich habe meine philosophische Abschlussarbeit über Hegels Rechtsphilosophie, das nur by the way, gemacht. Das ist meine sogenannte Magisterarbeit gewesen. So, was ich jetzt sagen will ist, mein Vorschlag ist, Macht zu entkoppeln von Akademisierung, sodass es nicht mehr wie derzeit ist, und das ist nachweislich, dass es derzeit so ist. Ich werde noch zahlreiche Quellen gleich dazu verlinken, die das beweisen, die das zeigen und zwar sehr eindeutig zeigen, dass derzeit das Erlangen von politischer Macht mit Akademisierung fast streng gekoppelt ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Ausnahmen sind wenige und selten. Das heißt, an die Macht kommst du systematisch, wenn du systematisch denkst, durch Akademisierung. Und genau diesen Mechanismus möchte ich entkoppeln. Ich möchte natürlich nicht, wie der Kommunismus das gemacht hat, Akademiker von der Macht fernhalten. Ich möchte, dass Nicht-Akademiker auch an die Macht kommen. Ich will also keine Endmächtigung der Mächtigen, ich will eine Ermächtigung der Ohnmächtigen. Das ist was anderes. Mein Modell ist nicht, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Mein Modell ist, alle Menschen an die Macht, beziehungsweise alle Macht für alle, zumindest die politische Macht für alle. Das ist mein Modell und das bedeutet eine Entkopplung des Mechanismus, der derzeit voll in Kraft ist, dass du, um politische Macht zu erlangen, dich akademisieren musst. Das ist ein schlechter Mechanismus, weil er führt zu einem Rattenrennen der Gesellschaft in Richtung Akademisierung. Wenn man dann zum Beispiel sowas tut, man hat ein Problem im Hebammenberuf und dann akademisiert man den Hebammenberuf. Ja, liebe Leute, rund um den Hebammenberuf gibt es viele Probleme, aber das Problem, das man nicht hatte, war, dass der Beruf zu akademisch gewesen wäre vorher, zu wenig akademisch gewesen wäre vorher. Und dass man ihn jetzt akademisiert hat, das ist so, also ich finde an diesem Beispiel Akademisierung des Hebammenberufs sieht man, wie gaga unsere Gesellschaft geworden ist. Man hätte also Hebammen anders bezahlen müssen, man hätte die Grundordnung anders schaffen müssen, man hätte andere Dinge, Rahmenbedingungen schaffen müssen, man hätte Hebammen im Prozess der Geburtsprozessen aufwerten können, ohne den Beruf zu akademisieren. Aber das Einzige, was unserer Gesellschaft einfällt, um den Hebammenberuf aufzuwerten, ist, ihn zu akademisieren. Das spricht für mich Bände, das ist für mich ein Symbol dafür, wie sehr die Akademisierung mit Macht gekoppelt ist und Ansehen und Status. Und das ist ein Problem. Wir bräuchten eine Gesellschaft, in der vielleicht, ich lehme mich jetzt mal weit aus dem Fenster, 5% der Bevölkerung Akademiker sind. Jetzt werden viele natürlich kommen. Der Akademisierungsgrad in Deutschland ist ja noch zu niedrig im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, alle anderen Länder haben das gleiche Problem. Das ist ein weltweites Problem. Die Akademisierung der Macht, die Macht, also dass sich der Platonismus weltweit durchgesetzt hat, ist ein weltweites Problem. Platons Akademie und so weiter, bitte mithören, bitte mitdenken. Das ist ein Problem und deswegen ist das weltweit so. Und da kann der Vergleich mit anderen Ländern uns nirgendwo hinführen, weil wenn es überall scheiße läuft, wenn es überall falsch läuft, dann ist die Orientierung in anderen Ländern halt auch gaga. Ja, also, was wir brauchen ist eine Gesellschaft, in der es vielleicht 5%, ohne mich jetzt festzunageln, sehr viel weniger ist als jetzt. Wir brauchen nicht so viele Akademiker. Wir brauchen Menschen in anderen Berufen. Aber was wir brauchen, um das dahin zu kommen, dass eben nicht jeder aus guten Gründen nach der Akademisierung seine eigenen Kinder strebt, also, dass ihre Kinder, die Kinder aufs Gymnasium kommen und die Kinder an die Uni gehen und ein möglichst akademisches Studium absolvieren, das aber keiner braucht, bis auf eben ein paar wenige Spezialisten, die dazu neigen, ja, ist, dass wir Macht und Akademisierung entkoppeln. Und genau das leistet Demokratie, wenn sie Demokratie ist, indem sie lost. Das Losverfahren ist genau dieses Verfahren, das trennt akademische Privilegien vom Zugang zur Macht, ja, zumindest dem privilegierten Zugang. Im Lostopf sind natürlich weiterhin auch die Akademiker. Das heißt, die werden auch ausgelost in der Demokratie. Die haben auch in der Demokratie was zu sagen, aber halt nicht mehr als andere, sondern genauso viel. Deswegen ist das Losverfahren so wichtig, weil sonst ist das so ein Selbstläufer, ja, die Akademisierung befeuert die Akademisierung. Das ist wie ein Monster, das sich selber füttert. Und irgendwann hast du dann eine Akademikerquote von 60 Prozent und weißt nichts mehr, mit den Leuten anzufangen. Also, nur noch mal ein drastisches Beispiel. Man hat zum Beispiel lange geglaubt in der Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit, dass die Akademisierung der nordamerikanischen, nordamerikanischen, nordafrikanischen Gesellschaften, also Tunesien, Marokko, Algerien und so weiter, Ägypten, irgendwie den Fortschritt der Gesellschaft fördern würde. Was passiert ist, man hat dadurch geschaffen, eine große Klasse von Enttäuschten. Warum? Weil man hatte gar keine Jobs für die Leute. Man hatte da also Leute, die sind akademisch ausgebildet, mit auch den Privilegien und Machtversprechen, das sich mit der Akademisierung immer verbindet, ja, heute, derzeit. Und dann waren die Leute akademisch ausgebildet, hatten studiert und es gab die Jobs für sie nicht. Dadurch hast du eine revolutionäre Masse in Nordafrika generiert, über den Bildungsgedanken, über die Ausbreitung von Bildung. Das war nicht sonderlich klug, ja. Ist aber auf unserem Bildungswahnsinn, aus unserem Akademisierungswahnsinn natürlich intern logisch, führt aber halt nicht zu den Effekten, die man sich davon versprochen hat, ja. Da sind, glaube ich, Leute, die sich mit der Thematik befassen, so diese Bildungsoffensive in Nordafrika, einig, dass das halt eine Masse von enttäuschten Menschen generiert hat. Weil das ein Machtversprechen, ein Privilegienversprechen ist, das nicht eingeholt werden kann, das nicht eingelöst werden kann von den jeweiligen Gesellschaften. Also nochmal, was wir brauchen, so in Gesellschaften, da sind vielleicht Akademiker 5% oder so. Und 95% der Leute sind nicht Akademiker. Und die politisch, von der Machtdynamik her, von der Machtverteilung her, sind aber alle Menschen einander gleichgestellt, indem man eben das Losverfahren zum Rückgrat des politischen Systems macht, indem man geloste Bürgerversammlungen, und da sitzen dann natürlich auch 5% Akademiker. Und dann werden auch natürlich Akademiker in ihrer Funktion als Experten eingeladen, und befragt, aber eben als Berater, nicht als tonangebende Personen. Nicht als Bestimmer oder Erzieher, wie sich Platon das mal vorgestellt hat, in seinem ganz eigenen Akademisierungswahnsinn. Sondern das sind Berater der Allgemeinheit, und die Allgemeinheit ist repräsentiert, ist vertreten in Losverfahren, das extensiv genutzt wird, das in der Breite genutzt wird, das regelmäßig, das verfassungsmäßig genutzt wird, das alle Menschen regelmäßig an die Macht und damit in gesellschaftliche Verantwortung bringt, unabhängig von ihrem zufälligen Schulabschluss oder Bildungsabschluss. Das ist das, was wir brauchen. Und das führt sofort zu einem Rückgang des Akademisierungsdrucks. Weil wenn Akademisierung und Machtzugang zu politischer Macht getrennt werden systematisch, dann gibt es nicht mehr diesen Wunsch nach allgemeinem Wunsch nach Akademisierung, weil dann ist es so, ich habe auch was zu sagen, wenn ich kein Akademiker bin. Ich bin vielleicht Handwerker oder mache irgendwas ganz anderes, aber ich habe trotzdem politischen Einfluss und ich muss nicht Akademiker werden, um Einfluss zu bekommen. So ist es nämlich derzeit, nachweislich. Und die Nachweise werde ich jetzt hier unten im Video verlinken, dass das so ist derzeit. Und das ist eine dumme Idee. Wir haben die Gesellschaft dumm gebaut. Akademisierung ist paradoxerweise eine dumme Idee. Auf Bildung und Bildungsoffensiven zu setzen, ist eine dumme Idee, paradoxerweise. Nichts an Bildung ist klug. Oder eben, wenn man es hegelianisch fassen will, jeder Mensch ist gebildet, nur auf eine unterschiedliche Art und Weise. Das ist eine kluge Sichtweise. Und wenn du eben verstehst, dass alle Menschen auf ihre Art klug sind, geformt von ihren eigenen Lebensbedingungen, dann brauchst du eben auch all diese Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, Lebensweisheiten, Lebenserfahrungen in der Politik. Und zwar wirklich alle in ihrer Verschiedenheit. Das ist, was Demokratie leistet, indem sie das Losverfahren anwendet. Machen wir aber nicht. Wir machen Wahlen. Und wofür sorgen Wahlen? Wahlen sorgen dafür, dass die Politik von Akademikern gemacht wird. Das ist eine dumme Idee. Immer gewesen. War noch nie eine kluge Idee. War immer eine dumme Idee. Machen wir aber. Und nachdem sich jetzt die Resultate unserer systemischen Dummheit allmählich zeigen, finden wir aber immer noch, dass das eine kluge Idee war und wir damit weitermachen sollten oder noch mehr davon machen sollten. Das ist Dummheit hoch zwei. Das ist so, du machst was Dummes, dann hat dieses Dumme, was du machst, natürlich schlechte Effekte, weil es was Dummes ist. Und damit auf diese schlechten Effekte, die sich jetzt zeigen, reagierst du mit noch mehr Dummheit. Das ist eine nicht lernende Gesellschaft. Man kann sagen, Gesellschaften, die das Thema Macht und Akademisierung strukturell koppeln, sind strukturell sich selbst verblödende Gesellschaften, paradoxerweise. Du hast dann lauter hochgebildete Menschen, die gemeinsam aber saudumm sind. Das ist das, was unsere Gesellschaft ist. Und das sage ich als jemand, der eine humanistische Bildung genossen hat, der einen Gymmi-Abschluss hat, der einen Abschluss in Philosophie hat, Gesamtnote 1,05, in der Philosophie selber nur 1,15, weil meine philosophischen Lehrer strenger waren als meine nicht-philosophischen Lehrer, der Altgriechisch gelernt hat, der das Gräkum hat und der das große Latinum hat. Der sagt euch das, dass Bildung eine Scheißidee ist. Also ich bin, wenn man so will, ein Whistleblower von innen. Ein Whistleblower der Akademisierung. Ich bin selbst betroffen und als Betroffener sage ich, das ist eine dumme Idee gewesen. Was wir brauchen, ist ein System, in dem jeder Mensch Macht hat, unabhängig davon, ob er Akademiker ist oder nicht. Wo jeder Mensch den gleichen Zugang zum Staat hat, den gleichen Zugang zu Regierung hat, den gleichen Zugang zu gesellschaftlicher Verantwortung hat, wie jeder andere auch, unabhängig davon, was ein zufälliger fucking Bildungsabschluss ist. Das ist das System, das wir brauchen. In so einem System wird es zum Beispiel keinen Populismus mehr geben. Da muss man nur zwei Sekunden lang darüber nachdenken, warum es dann keinen Populismus mehr gibt. Warum Populismus als Form, von dem Akademisierungsgrad unserer derzeitigen politischen Formen, zehrt wie ein Vampir, wie ein Parasit. Populismus ist ein Parasit unserer Akademisierung, unserer Kopplung von politischer Macht und Akademisierung. Und sobald du das einkassierst, sobald du sagst, nee, wir machen das so, alle haben Macht, alle haben Einfluss, ob sie jetzt Akademiker sind oder nicht, schmilzt der Populismus wie der Schnee in der Frühlingssonne. Oder wie die Gletscher im Klimawandel. Wie auch immer. Also, was ich sagen will ist, ich will natürlich nicht Akademiker einen Kopf kürzer machen. Das würde mich selber betreffen. Das wäre dumm. Ich will nicht Akademiker bekämpfen. Ich will auch nicht Akademiker dissen, obwohl es vielleicht in der Oberfläche so scheint. Was ich sagen will ist, wir brauchen eine Ermächtigung der Nicht-Akademiker und das eben systemisch, systematisch, verfassungsmäßig. Wir müssen Nicht-Akademiker von der Macht entfernen, wie das der Kommunismus versucht hat. Wir müssen Nicht-Akademiker an die Macht bringen, wie das die Demokratie tun würde, wenn sie Demokratie wäre. Das ist, was das Demokratie tut. Sie ist nicht unterschichtsskeptisch, wie unsere akademisierte Gesellschaft ist. Unsere akademisierte Gesellschaft hat Angst vor Menschen aus der Unterschicht an der Macht. Weil das sind ja alles dumme Menschen. Und meine These ist, nein, das sind keine dumme Menschen. Das sind anders gebildete Menschen, um es modern zu formulieren. Die Menschen sind gebildet. Warum kann ich das sagen? A, habe ich noch hinreichend vielen persönlichen Kontakt zu Menschen aus der Unterschicht, die keine Schulabschlüsse haben, die Mittelschulabschluss haben, die Realschulabschluss haben. Ich sehe diese Menschen. Ich begegne ihnen und ich sehe ihre Klugheit. Ich erlebe ihre Klugheit. Also die Vorurteile meiner eigenen Schicht, meiner eigenen Klasse gegen die Unterschicht kann ich nicht teilen, weil ich sehe die Menschen und ich sehe, wie klug sie sind. Die meisten Akademiker haben aber keinerlei relevanten, beziehungsförmigen Kontakt zu Menschen der Unterschicht. Die meisten sind abgekoppelt. Die begegnen vielleicht Menschen aus der Unterschicht mal im Laden, wo sie ihnen was verkaufen oder als Dienstleister, der Paketbote oder so. Aber sie haben keine persönlichen Verbindungen zu ihnen. Sie haben keine, ja, relevanten Beziehungen zu ihnen, wo sie was lernen könnten, wo sie die Klugheit dieser Menschen wahrnehmen müssten. Und deswegen haben unsere Akademiker Vorurteile gegen Nicht-Akademiker. Das sagen sie nicht laut, aber das haben sie faktisch. Können sie auch gar nicht anders, weil wenn du keinen echten, relevanten Kontakt hast zu einer Menschen, dann hast du Vorurteile. Das kannst du auch mit all deiner komischen Bildung, deiner komischen Reflexion und so weiter, deinen komischen Diskursen nicht vermeiden. Wenn du keinen Kontakt hast, hast du Vorurteile. Das ist menschlich. Auch Akademiker sind Menschen. Vergessen sie manchmal. Und wenn du keinen Kontakt hast zu einer Menschen in der Unterschicht, keinen relevanten Kontakt von gleich zu gleich, von Mensch zu Mensch, dann hast du Vorurteile gegen die Unterschicht. Und unsere herrschende Klasse von Akademikern hat Vorurteile gegen die Unterschicht. Und deswegen sagt sie, oh, Demokratie ist eine schlechte Idee. Lasst es uns so lassen, wie es ist. Wo nur Akademiker das Sagen haben. Ja, das ist das System, das wir haben. Und das System, das wir haben, generiert die Probleme, die wir haben. Ha! Ja, also, es ist an der Zeit, dass Akademiker begreifen, dass ihr ausschließlicher, privilegierter Zugang zu politischer Macht die Wurzel unserer Probleme ist. Und ein Nebeneffekt, wenn wir das beseitigen, also wenn wir die Gesellschaft, wenn wir die Politik demokratisieren, ist, dass der Druck in Richtung Akademisierung, wie zum Beispiel sichtbar im Hebammenberuf, wegfällt. Es wird dann nicht mehr so sein, dass jeder unbedingt Akademiker sein will, weil er weiß, Macht habe ich auch so, Einfluss habe ich auch so, dazu muss ich nicht Akademiker werden. Das ist smart. Ich habe gesagt, Demokratie ist eine verdammt smarte Lösung, viel smarter als die Idee der Bildung, die in meiner Deutung immer schon eine aristokratische Idee war. Das sieht man an der Antike überdeutlich. Die Leute, die sich gebildet haben und viel in Bildung investiert haben, waren immer Menschen der Oberschicht, waren immer die Aristokraten ihrer jeweiligen Gesellschaft. Deswegen ist die ganze Idee der Aristokratisierung der Gesellschaft über Bildung eine Scheißidee. Und die Idee der Aristokratisierung der Menschen durch demokratische Praxis ist eine geniale Idee. Das ist das Gegenmodell. Und genau dieses Gegenmodell sollten wir heute gemeinsam realisieren. Wir brauchen eine andere Gesellschaft, die anders funktioniert. Da muss nicht die Menschen ändern, man muss das System ändern. Die Menschen können alle so bleiben, wie sie sind. Also wenn du zufällig ein glücklicher Akademiker bist, kannst du gerne bleiben. Nur was wegfällt, sind deine politischen Privilegien. Damit fällt aber nicht weg, dass du Einfluss hast. Du hast weiterhin Einfluss, nur haben die anderen jetzt auch Einfluss. Und das ist gut so. Das ist auch gut für dich, möchte ich behaupten, als selbst völlig verbildeter, völlig merkwürdiger, akademisierter Mensch, der ich bin. Ceterum censio, Isonomia am esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Das ist auch gut für dich.